Ja, hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zurück zu Leisure Suit Larry Reloaded. Ich glaube, wir steuern so langsam auf das Finale zu. Hey, ich glaube, ihr habt's. Ich werde hier nicht nochmal angepinkelt. Ich begegne jetzt gleich meiner Traumfrau und da muss ich jetzt nicht unbedingt nach Hundepisse stinken. So, was hatten wir denn letztes Mal? Wir haben hier nämlich die Spanish Fly ergattert. Und die Faith, hieß sie doch, glaube ich, sagte doch irgendwas, sie braucht ein bisschen Hilfe, um in Fahrt zu kommen. Nee, ich glaube, du hast gefurzt. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass du gefurzt hast. Ich stinke nicht, das glaubst du nur. Ich rieche göttlich nach Hundepisse, Katzenanalsekret und Wahlkotze. Das ist Ode, Larry. So, wir wollen mal hoch zur Faith. Ich bin gespannt. Oh, du bist aber gemein. Oder? Nein, 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 nein. Ja, das hatten wir schon. Wir nehmen jetzt vielleicht doch erstmal, beziehungsweise wir gehen jetzt erstmal hier vorne hin, damit wir da nicht hinten am Aufzug rumlungern. Dann nehmen wir etwas Mundspray. Yeah! Jetzt sind wir vorbereitet. So, kann ich der das direkt so geben oder muss ich die erst anquatschen? Oh, ja, ich kann es fühlen, ich fühle mich so warm und schweig in der Mitte. Ich bin gespannt. So, ich brauche die nicht zu einem anderen Z 我 letter dich aus. Ich bin dafür an, wie lange ich kann. Ich kann es helfen. Ich bin darüber, dass ich mich darum geholfen kann. Das ist jetzt nur in der Mitte. Ich bin bei mir. Wir werden geholfen. Dann sind wir sehr gut. Oh, ja, wir verstehen. Oh, das sind immer mehr Monet. Ich bin ganz nett, Larry. Oh, aber ich dachte... Jetzt rennt die zu ihrem Freund. Also... Okay. Nee, 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 nee. Ich wollte doch den... Komm, dann drücken wir zuerst den anderen Knopf. Endlich darf ich die Knöpfe drücken. Das Knöpfe wird nicht drücken. Es gibt ein kleines Kabel neben mir. Also, das Knöpfe ist in der lockten Position. Vergiss es, Larry. Du wirst nie in da kommen. Was? Noch mehr Hindernisse? Der da vielleicht? Wir machen Fortschritte. Ich bin sehr, sehr gespannt, was sich jetzt hier befindet. Auf geht's! Oh, ein Balkon. Da werden sich die Weiber aber auf dich stürzen. So, ich hätte hier etwas mehr Prunk erwartet, um ehrlich zu sein. Die Bilder sind ja auch wirklich... Ich weiß nicht. Art dem Müll? Ich... Keine Ahnung, was das sein soll. Kann man hier denn irgendwas mitnehmen? Und wenn du Spaß dabei hattest? Und wenn du Spaß dabei hattest? Was ist denn hier drauf, was ist so klebrig? Ich will's nicht wissen. Ich will's nicht wissen. Gehen wir mal weiter hier. Oh, der Arme. Das ist allerdings so einfach. Ich glaube, da wäre ich im Leben nicht drauf gekommen. Muss ich ganz ehrlich sagen? Oh! Ich bin ein bisschen auf die Balkonie, und eine unglaubliche Vista greut. Holy schnikes! Du gehst in die Schleifung, die Towering 8-Floor-Kasino, die Brunette in der Hot Tub in der Nachbar-Penthaus. Das ist, aufzudrlich, die most drop-dead-gorgeous-woman I have ever seen. Imagine how beautiful she must be, when you're standing within 100 feet of her. Larry, haven't you learned not to judge someone by looks alone? I can't hear you! La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Haba, Haba. Aber die sieht zickig aus. Eve. Ich weiß nicht. Mir hat die Faith besser gefallen, aber was können wir denn jetzt hier Tolles machen? Ich, äh... Journal. Kann ich die mit einem Apfel... Oh, Eve. Eve und der Apfel. Doch, ich finde schon. Von da hinten mit voller Wucht gegen den Kopf, dass die bewusstlos ist. Und dann können wir sie wie ein Höhlenmensch in unser Zimmer ziehen. Ich finde das gut. Kann ich die von hier aus ansprechen? Das kommt drauf an, wer das tut. Ist das bei jeder so? Ja. Da auch? Ja. Hier auch? Gut, ich muss das versuchen. Das war schon klar, oder? Ja, gut. Mir würde auf die Schnelle nichts einfallen, was wir hier jetzt machen können. Wir schauen uns mal weiter um. Geh mal zurück da. Geh zurück da. Ja, ich möchte gern zurück. Ja, gibt's denn hier gar nichts? Kann man denn hier lang gehen? Oder da lang? Hier muss doch irgendwas geben. Kann ich da das Fenster öffnen? Aha, ich dachte, das macht man, damit sich die Leute von da oben nicht immer raus, äh, hier. Damit die nicht immer rausspringen. Da kann man... Nein, da wollte ich... Okay, okay. Ich will ja eigentlich auch lieber da rein, weil hier wirklich viel Interessantes schien es jetzt nicht zu geben. Ja, ich habe ja noch einen Schlüssel, wobei ich mir fast nicht vorstellen kann, dass der passt. Wo ist denn... Äh, pfuh. Langweilig. Okay. Ich muss gerade ein bisschen überlegen. Ähm, hier ist ein kleines Schlüsselloch. Das kann ich allerdings nicht sehen und hinter diesen Tresen komme ich auch nicht. Mit, ähm... Dem Schlüssel hat er wohl keinen Bock da drauf. Ja, was bleibt mir dann anderes übrig, als nochmal hier reinzugehen? Und nochmal hier zu gucken, ob ich da was finde. Na, irgendwas muss es hier doch geben. Wir befingern jetzt erstmal hier... Du befingerst von da das Bild und es kommt... Und, äh, kannst da eine Feststellung treffen, aber du kannst von dem Balkon den Apfel nicht gegen Eves Kopf werfen, das ist doch scheiße. Teppich? Okay, ich dachte, weil hier so eine Falte ist, gibt's denn was am Tisch? Aber Leute, was soll ich denn machen? Ich verstehe es nicht. Ach! Jetzt geht das? Du riechst das? Hier vorher Männlein und Weiblein? Oh, Larry! Ah! 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 Eh! Gut, dass es hier kein Schwarzlicht gibt. Nein! All that stuff fits in that little drawer. It may be thin, but it's long enough to extend into the room behind it. Hm, Zauberschublad. Aber mal im Ernst, für diesen ganzen SM-Kram ist es hier definitiv das falsche Bett. Wo willst du dich hier anbinden? Gut, okay. Mit viel Fantasie findet man mit Sicherheit eine Möglichkeit, ähm... Ah, naja. You open the closet door. Whoops! A deflated love doll tumbles out onto the floor. Ever the gentleman, you help her up. I'm sorry. I didn't mean to startle you. Hey, baby. You are beautiful. Wanna come with me? You nod her head. Score! You tuck the love doll into your jacket. At least now you don't have to go through the rest of this game alone. You close the closet door. That's better. Now there's less evidence that I've been here. Entschuldigung, aber... Oh, ist die ramponiert. Die hat Löcher zwischen den... An den Nippeln. Da hat das mit der Brust-OP nicht funktioniert. Könnte ich die aufpusten? Es wäre unfassbar peinlich, mit einer Helium-gefüllten Gummipuppe durch die Gegend zu laufen. Du wirst schon merken, wann der richtige Moment gekommen ist. Okay, aber das scheint mir ja so, als wäre das definitiv das, was ich tun soll. You turn the lamp off. That's better. He was wasting electricity. Ja, ne? You look behind the painting. There's nothing there except the painting certificate of offensiveity. Versorhe mir den Hintern. Versorhe mir den Hintern. Sag mir was Dreckiges. Was? Äh, ja. Sag mir was Schmutziges. Küche. Der ist so schlecht, der Spruch. Aber ich muss immer wieder lachen. Was? Adam und Eve, oder was? Kann ich denn mit der Gummipuppe, die voller Helium ist, vielleicht vom Balkon segeln? Und zu Eve gelangen? Ja, geh. Mach mal schneller. So, Baby. Ich komme geflogen. Ich bin mal gespannt, ob das funktioniert. Das wäre ja der Kracher. Der Kracher. Oh. Hübsch. Hübsch. Das war doch nur ein Bitz. Das wird nix. Ach, du Heilige. Jetzt bin ich wieder platt und komme wahrscheinlich wieder zu Frankenstein, oder? Ja. Kann ich das... Ja, Gott sei Dank. Ich kann das überspringen. Das ist mal so laut. Okay, wir müssen die Olle flicken. Wir haben nix zum Flicken. Ich brauche Flickzeug. Mit mir Flickzeug. Äh, nee, 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 nee. Das war's nicht. Kann ich die mit Papier flicken? Dazu müsste die Gummipuppe erst einmal lesen können. Ja gut, das ist ein Argument. Das stimme ich zu. Ähm, damit vielleicht? Mann, aufwachen. Die Gummipuppe braucht keinen Passwort. Aber ich will die flicken. Ich brauche bestimmt irgendwo Flickzeug. Wo kriege ich denn das jetzt noch her? Nee, nee, nee. Ah. Ich will doch da rein. Danke. Flickzeug. Der ist übrigens verschoben worden. Ich sehe das genau. Ich sehe es genau. Aber hier gibt es sonst, glaube ich, nichts Interessantes. Du kannst nicht den Schrank von hier erreichen. Und wenn dein Bein weitergeht, wie es geht, dann kannst du auch nicht auf den Boden erreichen. Was? Okay. Wir müssen uns was einfallen lassen, rüber in das andere Zimmer zu kommen. Los, geh da rein. Geh. Ach komm, wir gehen erst mal nochmal in das Zimmer. Vielleicht habe ich doch noch irgendwas gesehen. Äh, übersehen. Vielleicht muss ich den Schrank hier nochmal aufmachen. Gibt's da vielleicht noch Flickzeug? Mann, oh. Hatten wir schon jetzt vielleicht hier? Ja. Hatten wir schon jetzt vielleicht hier? Das hatten wir schon. Okay, vielleicht die Kisten? Nee. 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 Hm. Die Blume. Oh, irgendwas Nützliches muss es doch her. Gut, irgendwas muss ich doch noch nehmen können, um rüber in das andere Zimmer zu kommen. Das gibt's doch nicht.